Ich heiße Daniel Blegli, ich bin 37 Jahre alt, Ingenieur aus Melbourne, Australien. Ich bin derzeit im Büro von Siemens in Melbourne. Ich bin an das Bürofenster geklickt. Ich mag das, weil Siemens arbeitet mit der Firma Adani, um eine riesige Kohlmine in Australien zu bauen. Ich möchte, dass die Menschen in Deutschland wissen, dass Siemens ist entgegen die offizielle Umweltpolitik an ihrem Website. Da steht, dass wir sind in einer Klimakrise. Als Teil meiner Aktion werde ich von der Polizei verhaftet zu werden, um zu zeigen, dass Siemens Mitarbeiter, die für diesen Vertrag verantwortlich sind, Klimakriminale. Ich werde weiter gegen Siemens kämpfen, bis der Vertrag mit der Adani nicht mehr läuft. Siemens, das geht nicht. Siemens, keine Kohle, meine Miene bauen. Und ich werde auch sagen zu den deutschen Leuten, dass sie Siemens anschreiben und Siemens anrufen und sagen zu Siemens, dass das geht nicht. Die wissen, dass an ihrer Website steht, dass wir sind in einer Klimakrise, aber trotzdem helfen die diesen Adani, Firma Adani, bauen die größte Kohlmine in der ganzen Welt. Und ich bin hier zu kampfen für meine nächste Neffe, weil jetzt gibt es keine Zukunft für die. Und ich komme wieder und wieder und hier zu Siemens zu sagen, dass es geht nicht, bis diesen Vertrag vorbei ist. Und ja, ich hoffe, dass die deutschen Volk machen das auch. Dankeschön.